Hallo ihr Lieben! Wie ihr seht, haben wir heute ein Päckchen. Das ist von unserer lieben Freundin Vivi. Das stand vorher vor meiner Haustür und ich bin so froh, denn bei mir ist ja schon öfter mal, wie ihr bei den Zwillingen zum Beispiel mitbekommen habt, was verloren gegangen. Gott sei Dank auch immer wieder aufgetaucht, aber also auch schon Briefe und Päckchen. Denn irgendwie kommt hier nicht so richtig an. Und bei dem Päckchen war es so, dass es erst zu ihr zurückkam, weil es angeblich zu wenig frankiert war. Dann hat sie es nochmal geschickt, aber schon vor einer Woche. Und ich habe schon gedacht, das ist bestimmt schon wieder verloren gegangen. Aber heute war es endlich da und der DHL-Mann hat nicht mal geklingelt. Der hat das einfach vor die Tür gestellt. Ich habe es dann gesehen, als ich zur Arbeit gegangen bin. Ich habe hier schon mal aufgeschnitten und die Adressen abgemacht, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Das machen wir jetzt zusammen. In dem Päckchen sind Sachen, die ich hier abgekauft habe. Sie hat ein paar Sachen verkauft und ich habe das mal durchgeschaut und geguckt, was ich davon gebrauchen kann. Aber das ist schon ein paar Wochen her und deswegen weiß ich nicht mehr, was ich mir ausgesucht habe. Deswegen ist das jetzt für mich genauso eine Überraschung wie für euch. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir einfach mal zusammen rein, was da rauskommt. Hier sehe ich schon ein Briefchen. Das werde ich nachher in Ruhe lesen. Das lege ich gleich mal hier zur Seite. Und viel rosa. Das sind nämlich alles Mädchensachen von dem Baby, das sie verkauft hat. Ähm, genau. Ja, gucken wir mal. Da haben wir einmal eine Mütze. Und zwar von Sterntaler. Ich glaube, das fiel ihr auch schwer, sich von der zu trennen. Aber sie hat im Moment kein Mädchen und deswegen durfte die Mütze gehen. Total süß. Die bekommt die kleine Smilla, wie wahrscheinlich hier die meisten Sachen. Dann haben wir hier so eine super süße Strickjacke. Ich stelle das jetzt einmal hier kurz nach da hinten. Dann könnt ihr die Sachen, glaube ich, viel besser sehen. Ein Strickjäckchen mit so Herzchen. Das dürfte Größe 62 sein, ja. Die ist einfach unglaublich süß. Ich hoffe, dass sie ihr nicht zu groß ist. Aber, naja, besser zu groß als zu klein. Ich finde das ja auch süß, wenn die Babys so ein bisschen zu große Sachen anhaben immer. Dann haben wir hier so eine süße Verlatshose. Und zwar auch mit Herzchen drauf. Und einfach so, ja, rosa Herzchen. So total Mädchenthema. Und hier oben mit ein paar Rüschen. Total niedlich. Ebenfalls von Topo Mimi. Und das ist jetzt 56. Also da passt sie bestimmt rein. Ich glaube, das wird ihr super gut passen. So. Dann haben wir hier eine Strumpfhose. Strumpfhose. Ja, die wollte ich unbedingt haben. Denn ich habe gar keine Strumpfhosen für Smilla. Oder für alle meine Mäuse. Irgendwie kaufe ich nicht Strumpfhosen. Aber immer denke ich, jetzt werden Strumpfhosen gut. Und deswegen ist das super, dass wir jetzt eine haben. Und ich glaube, da ist sogar noch eine drin. Nämlich die hier. Mit den süßen Streifen hier. Total niedlich. Super süß. Und ist das auch noch eine Strumpfhose? Ja. Und da ist sogar noch eine dritte Strumpfhose drin. Also jetzt muss ich mir zumindest für Smilla keine Gedanken mehr machen, na? Schmeiße ich die auch noch runter. Da ist sie. Also einmal so ein dunkles Pink. Einmal ein ganz helles Rosa. Und einmal auch nochmal dieses dunkle Pink. Aber mit so Streifen. Rosa und grauen Streifen. Sehr, sehr süß. Bisschen groß, glaube ich. Das ist jetzt 62 bis 68. Aber ich glaube, das geht schon. So. Dann haben wir hier noch. Nochmal eine Latzhose. Ich liebe ja Latzhosen. Oh ja. Die wollte ich auch unbedingt. Die ist so süß mit dem Igel hier vorne drauf. Könnte ein bisschen groß sein. Vielleicht muss ich das auch mal an Mio probieren. Aber ja. Ich mag dieses. Das sieht so aus wie Jeans. Ist aber total weich. Und das mag ich total gerne. Ja. Und hier sind hinten auch nochmal so ein paar Rüschen. Und ich liebe ja Rüschen. Und ich finde, das ist einfach unglaublich niedlich. Total süß. Auf jeden Fall eins meiner Lieblingsteile. Obwohl ich die Sachen wirklich alle total toll finde. Ich finde, dass sie einen unglaublich tollen Geschmack hat, was Babykleidung angeht. Also das meiste, was ich immer auf ihren Fotos sehe, hätte ich selbst gerne. Und deswegen freue ich mich, dass sie mir ein paar Sachen verkauft hat. Dann sind hier nochmal so total süße Söckchen, Tüchen. Hier mit Antirutsch. Mit so kleinen Häschen drauf. Total süß. Die passen wahrscheinlich sogar der Noemi. Da muss ich mal probieren. Total niedlich. Und hier auch wieder dieses hellrosa mit so dunkelpink. Und das letzte Teil ist ein Mützchen. Und zwar ist das dunkelblau mit, sieht man das, so kleinen pinken Herzchen. Und hier ist nochmal pink und weiß gestreift. Und innen ist sie dunkelblau. Und hier ist noch so ein kleiner Aufnäher. Die finde ich auch total süß. Die kommen zu unseren Mützen. Und ja, das war es auch schon wieder. Ich bin unglaublich froh, dass das Päckchen angekommen ist. Ich bin unglaublich glücklich über die Sachen. Die sind alle wirklich unglaublich schön. Ich freue mich total. Und ich würde sagen, jetzt machen wir schon wieder Schluss. Denn mehr habe ich gerade gar nicht zu zeigen. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Gute und eine ganz schöne Zeit. Und heute winke ich mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.